Was? Bist du fertig für die Schule? Am Sonntag. Nein, es ist Montag. Fuck! Ich hab echt nichts zum Anziehen. Was soll ich nur anziehen? Nur mit dem Schränk, ich weiß nicht. Was ich machen soll. Es ist schon fast halb acht. Und ich lag nur wach heut Nacht. Weil ich mich doch für nichts entscheiden kann. Und die Schule fängt gleich an. Ich hab echt nichts zum Anziehen. Was soll ich nur anziehen? Ich hab so viel, doch davon find ich gar nichts voll. Ich hab echt nichts zum Anziehen. Was soll ich nur anziehen? Mein Kopf ist leer, mein Kleiderschrank ist trotzdem voll. Hey Jungs, könnt ihr uns vielleicht helfen? Ja klar. Wo ist denn das Problem? Hab was gebrochen. Ich bin verletzt. Hab mich vor Stunden ins Wartezimmer gesetzt. Ich komm nicht dran hier. Was ist hier los? Ich wart hier nun schon ne Ewigkeit. Doch ich geh nicht aufs Klo. Nein, ich geh nicht aufs Klo. Vielleicht habt ihr doch für mich gleich Zeit. Mann, ich geh nicht aufs Klo. Nein, ich geh nicht aufs Klo. Ey, wann ruf, mach mich endlich auf. Mann, ich geh nicht aufs Klo. Nein, ich geh nicht aufs Klo. Sitz allein hier und gib nicht auf. Und ich geh nicht aufs Klo. Nein, ich geh nicht aufs Klo. Ich geh nicht aufs Klo. Die nächsten Böcke. Und, hast du's? Das wird das beste TikTok der Welt. Komm, land schnell hoch. Ich hab kein Datenvolumen mehr. Ich wollt grad noch schnell was hochladen. Hab grad nen TikTok noch gedreht. Yeah. Doch dann platzt mir plötzlich der Kragen. Glaub nicht, was hier im Display steht. Oh, es ist leer. Hab kein Datenvolumen mehr. Ich hab alles schon verbraucht. Mann, was soll ich nur tun? Denn ich habe ja nicht mal WLAN. Freunde, die lachen mich aus. Hab kein Datenvolumen mehr. Oh nein, 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 nein. Ja, es ist leer. Da ist wirklich gar nix mehr. Für Neues hab ich auch kein Geld. Mann, was mach ich denn nun? Hat keiner für mich mal WLAN. So geh ich sicher nicht raus. Hab kein Datenvolumen mehr. Oh nein, 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 nein. Boah, hab ich schon mal. Hier. Ne Gurke? Ja, ne Gurke. Pizza oder Pommes, Burger oder Döner. All die leckeren Dinge machen mich nur schöner. Ich brauch kein Gemüse, auch wenn das gesund ist. Mein Bauch will nur Fast Food, bis der Google rund ist. Jeden Tag am besten Fast Food. Das ist, was mir gut tut. Ich leb mein Leben nur für Fast Food. Egal was, es schmeckt gut. Ich ziehe Fast Food an, wie ein Fressmagnet. Und ich schau rein, bis es nicht mehr geht. Kann nicht aufhören, wenn etwas vor mir steht. Und ich schau rein, bis sich alles dreht. Dements